Dankeschön. Mal gucken, ob das, was wir heute vorhaben, auch mit schon wenig Leuten, die es euch gibt. Wir haben das in Clubs gemacht, wir haben das in der Grugehalle gemacht, wir haben das auch auf der R gemacht, das hat immer funktioniert, aber wir brauchen mal Platz hier. Ihr müsst jetzt eine kleine Gasse machen, weil hier kommen jetzt sechs Leute. Sieben? Sieben? Ja. Wir brauchen ein bisschen Platz, 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 Platz. Hier ist gut, wir sind da vorne und letzte Gasse. Wir machen jetzt wie folgendes, wir setzen uns jetzt nämlich hierhin, weil wir in faulen Scheinen sind. Was ist denn da so ein Truppen hier bei euch? Ist ja gut. Und erwarten im Grunde genau folgendes, wir wollen, dass ihr euch auch entsetzt. Und wir machen das total ernst, weil wenn ihr euch hinsetzt, stehen wir wieder auf und alle können uns wiedersehen. Aber ich bin gespannt, ob das hier in Waldorf klappt, weil ihr seid nicht wenig. Aber wenn's klappt, könnt ihr es sehr speziell halten. Ich glaube, das klappt auf alle Fall ja noch nicht. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. So, na, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Wir müssen immer davon ausgehen, je mehr er sich hinsetzt, desto mehr können wir sehen. Ich könnte immer wieder sein. Also wenn er so bleibt, dann seid ihr auf Dignitiv von allen Dingen, die das gemacht haben, die Letzten. Und das wäre sehr schade, weil ich dachte, der Rest ist weg. Sitzt ihr auf dem Riesenrad auch? Das Riesenrad an sich sitzt, ausgenommen. So, das hat doch jemand gesagt. Das war eine Nutzung, war ganz eng eigentlich. Also wie er uns sagt. Es wird Entonces- hin설 Cage retrehen quasi hin setzen hin setzen Wir müssen erst morgen wieder in Hannover sein, also kein Schnellzeugnis. Wir müssen erst morgen wieder in Hannover sein, also kein Schnellzeugnis. Wir müssen erst morgen wieder in Hannover sein, also kein Schnellzeugnis. Wir müssen erst morgen wieder in Hannover sein, also kein Schnellzeugnis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020